Assalamu alaikum. Ich hoffe, es geht euch gut. Hier sind wir im Herzen der Esar-Moschee. Und heute möchte ich euch einige Sachen erzählen, und zwar, wo kann man hier alles lernen? Hier in der Esar-Moschee gibt es selbst sehr viele Unterrichter, und man kann auch in die Universität gehen und dort die Unterrichter anhören, man muss nicht angemeldet sein. Ebenso gibt es auch Zentren, wie zum Beispiel Ismail al-Adiwi, was gegenüber der Fakultät von der Esar ist, in al-Darrasa. Und alles werde ich in der Beschreibung auch noch hochladen, also die Orte, damit ihr sie leicht finden könnt. Dann gibt es auch noch in al-Maasarawi, das ist in Haythamin, dort gibt es auch einige Kurse. Und die restlichen, da muss man eben selbst finden, also einige gibt es eben per Internet, und andere, zu denen geht man eben nach Hause. Und so weiter. Das ist hier ein kleines Video. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in den Kommentaren. Und Assalamu alaikum. Wir schauen nachdenken. Wir schauen nach. Vielen Dank.